20 sekunden weißt du was der hat nur ein headset mit einem schwarzen stecker der hat nur so eine so eine verbindung mit einem line in mikrofon stecker der hat eigentlich nur einen schwarzen beides ist hat dann ja dann ist das für das handy aber er hat doch ein headset mit dran alter so ein fettes oder ist ja aber es gibt ja extra headsets für android und ios die kannst du nicht am pc anschließen oder er hatte so ein adapter damit der einfach auf die doppelinput kommt er hatte ja 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 aber hat ich brauche noch Wie gesagt, einfach mal in die schwarze Büchse anschließen. Ach, in die grüne Büchse. Gucken, was passiert. Ob der beides sofort erkennt. Er hat doch noch USB da dran. Was hat denn der da alles dran, Alter? What the fuck? Ready? Oh, oh, das ist falsch. Schwarze Büchse, glaube ich. Au, au, au. Ausziehen. Ich glaube, das war falsch, oder? Das war falsch. Nee, ich wollte nur mal eben sagen. Ich glaube... Ich habe ihn. Er ist connected. Von dem Server. GG. Und der erste in deinem Stream. Hier muss das online funktionieren. Ich meine... Gut. Im... Bei der Wiemann. GG, würde ich sagen, ne? Würde ich einfach mal so behaupten. Äh... Hauppeln. Das fuckt mich jetzt gerade ein bisschen ab. Weil ich jetzt den Fall allen Puff nicht bekomme, aber... Denk ich ja jetzt gleich. What the fuck? Im Stream? Achso. Äh... PO, zack. Und kurz ausmachen, damit ihr meine Login-Daten nicht seht, ne? Ich bin ja... Ach, ich will den Login-Daten sehen. Zack, fertig. Yo. Oh, fuckt mich jetzt halt richtig ab gerade, ne? Aber, was willst du machen, ne? Ist jetzt einmal erst passiert, also... Jo. Das ist... Okay. Channel 1, so. ZTC einfach, ey. What the fuck? Gleich wieder da. Jo. Jo. So, dann gehen wir einfach jetzt wieder in den Mera-Mon. Oh, jetzt habe ich einfach keine Boxen, Alter. Ach, Channel 0. Fühle ich jetzt ein bisschen miese, ey. Wie viele Login-Daten hast du? Ach, genug. Da habe ich genug von, also... Etliche Accounts. Toll, die schöne Box, ey. Oh, ich glaube, jemand hat ein Ding jetzt geklaut. Eine Karte. Karte? Ja. Bei mir hieß es immer noch so... Das ist halt jetzt ein bisschen mies, weil ich keinen Fallein überfragt gekriegt habe. Spielverdienungskalibre 88%. Warum soll ich dich buffen, dude? Ja, das ist ja gut. In zwei Minuten läuft mir den Tag 50% ab. Yoshi ist am Masturbieren. Ja da. Hallo. Danke. Hat das denn jetzt geschafft? Machst du. Ja das ist auch so. Okay. Danke. Okay ey ich weiß es einfach nicht. Gesundheit. Also hast du dein Mikrofon aber wirklich nicht gemutet. Dann habe ich nicht okay. Hm. Hm. Guck mal unten. Jetzt haben wir zu der Doppel. Jetzt haben wir zu der Doppel. Achso. Doppelt. Jetzt ist wieder weg okay. Doppelt. Ehm ich wusste ich weiß das weiß sonst leider nichts mehr. Ehrlich mir fällt gerade jetzt nichts mehr ein. Wenn das vorne nicht geht ich hab keinen Plan. Ach. Alter wie viele Dinges hat der denn alter? Ja. Ja jetzt. Sehr wenig. ZG. Z. 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 Du sollst einfach morgen sein Headset mitbringen. Dann guckst du einfach mal. Er ist keiner nicht sein. Der kommt dann morgen zu dir. Ich hab mich schon wieder doppelt. Doppelt, doppelt, doppelt. Doppelt, doppelt, doppelt. Ich hab zwei, ich hab zwei nicht in der Stimme. Ja, ne? Du hast so eine Stimme, die ist so süß. Ja, man. Wie lange denn noch? Wie lange müsste man warten auf den? Ich hab keinen Bock so lang zu warten. Ähm. Ähm. Rasta, Rasta, Masta, Masta. Rasta, Rasta. Ooyang, Jabro. Wollte die Sprache mal verstehen, wie du das verdient. Die Lava, ne? Ja, das ist so süß. Wollte die Sprache mal sehen. Ja. Ich hab zwei. Wollte die Sprache mal sehen. Okay. Okay. Wollte die Sprache mal sehen. Wollte die Sprache mal sehen. Wollte die Sprache mal sehen. Mh mh hm 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 hm. Toll ich hab keinen Fall einfach für Mechanisch jetzt gleich. Yeah, what the fag. ja karte wird geklaut alter das wort alle gehen und ich habe kein ding ins so wir machen jetzt was machen denn jetzt achtigen jetzt alle ideen oder machen na die gehen alle ideen imd meine ich mein gott crack crack na gut das war ja kein pfeil allen buff maaa super ich habe eine verbindungsqualität von du hast doch gerade bekommen ja dann sagt mir mal bescheid wenn er den nur noch 25 minuten ich komme jetzt eben ding ins abholen die zwei stunden länger ich habe gerade eine verbindungsqualität von 88 prozent und ich höre ich immer noch nicht dann weiß ich wieso du so abgehakt hast also ich komme gerannt ich habe einfach keine linien mehr ja kacke ich hätte jetzt ach ja ich muss eh in starts ja ich komme jetzt wo ist denn der channel 1 ich komme ich schaffe es noch locker nur noch 20 prozent da bin ich level 4 dann kannst du schön verleihen dann kannst du schön verleihen dann geht es easy jetzt habe ich mich wieder doppelt jetzt nicht mehr aber gerade 26 prozent 26 prozent 30 prozent hp increase so das ist echt krass lol einfach nur zwei alter ich habe dich fast gehabt alter ja aber dass man schwach ist wie jetzt kannst du mal in bar dankeschön bitte jetzt kann ich einmal nochmal schnell zu die menschen gehen nach oben zu doppelt mon um zu der doppelt hoh doppelt denn mal mobile so gut jim 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 es verbessern können weißt du gesagt wenn ich mit 44 bin gehe ich in die einstellungen guck mal sowas um okay lässt sich da was verbessern alles klar muss ich sagen immer mein stadt ap aufladen und eben hier die angemordene wochen einsetzen ich wusste jetzt beginnt die schlimmste zeit wieso weil jetzt gar keiner da ist wir sind wir sind einfach pros wir schaffen aber ich hätte nicht eindeutig noch mal hinlegen sein ja wenn die kapsel raus kein bock auch muss sie nicht wieder füttern eine cat wo ich nicht mal kurz sortieren ehren ist auch noch da läuft so muss das einsatz zeigen einfach digicorp wieder ey und fruits wieder 6 fruits das spiel hasst mich einfach 120 jetzt 119 pass auf wir auf 122 pro aber ich habe mal die komischen boxen hier von den chris king box jetzt kommt es auch in dem data box mal wieder echt lange nicht zwei major geschipp bekommen oder eine stunde noch mal zwei stück also vier stunden jocke schippt box läuft einen tag meinst du was bei gehen wir eine stunde nein eine stunde nur lala voll geil eine stunde box ich bin jetzt auf die klasse ballast du kurz den booster und fertig jetzt gibt es wieder evo, seal closer, reset kapsel, evoluta, stamina drink, stamina drink jetzt gibt es nur drinks alter das seal closer ist so unnötig einfach nur warum keine opener mann weil er zu op wäre alles eben sortieren und hier nochmal sortieren soll ich echo abwäschung und echo dämpfung nö geht brauchst du nicht ich hab noch echo dämpfung drin ich hab noch einen haken reingemacht ich hab mehr mehr mich auch nicht du sollst es nur machen wenn du wenn dein zimmer recht leer steht weil das ist dann nicht so weit so wie ich das zumindest anhat ich würde mal eben ein bisschen eben dazu schön um zu gucken ob wir noch etwas brauchenes finden welches plug-ins sollte ich anlassen welche aus bei ts plug-ins ja kannst du so lassen ja lass das so wie das ist nichts ändern ich hab jetzt alles mit häksen deswegen alles alles ja ich hab jetzt keine ahnung welches ich hab nur klein 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 mit ein häkchen und mit bei teamspeak 3 control plugin mehr hab ich nicht nur die beiden ok so gehen wir mal in channel 1 gucken ob wir dann noch irgendwas brauchbar ist wie in den finden wir eh nix sag ich oh oh ah noch nicht dacht schon oh hier waren Earrings für 110 t mach Resell ja ja klar ja klar 134 und wir haben die denn 140 t ok ja hier verkauft einer mega a und so weit aber boah für 15 t ok gut also hier gibt es jetzt nicht mehr brauchbares oh oh alter 10 m checkencombo wie viel ist denn bei Lidlmann der standardpreis für checkencombo 3 bis 5 m ernsthaft ja mega teuer jo ey hat der drake nicht gesagt der braucht ne rio damon auch über каких jura die 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 jura die 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 dachte gekauft okay hier ist einfach nichts oder waren auch noch ich glaube ich 88 m boku boku einfach 40 t uro bestimmt ist ja gemutet oder ja Ihr habt bestimmt jetzt Pennen, Alter. Fuckt halt ein bisschen ab gerade, ne? Ich gehe jetzt wieder ins Milch. Hm. Weiß nicht, ob Kuro schläft. Oder der guckt gerade nur ne Folge wieder. Ja, wahrscheinlich. Ich gehe mir mal eben Energy Holder. Gönn dir. Okay. 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 30 Minuten alter! 10 Minuten alter! I'm a rear guard! Oh my god. Push me down to the ground, goes around my hands around, you won't put the flame out, but you can't get to me. Say what you want to say, go take it all away. But I'm here to stay. No, you can't get to me. Uh-huh. And there is no barricade, that I can tell Ich bin noch da, ich chill jetzt erstmal 30 Minuten im Bett. Locker geht er pennen, alter. Locker pennt er jetzt. So, wollen wir mal weiter hier questen. Nehm richtig geilen Maze. Locker, der pennt jetzt ein, locker. Ich sag, der pennt ein, was sagt ihr? Ich kommentiere nicht. Aber 30 Minuten im Bett stellen, ist die Chance schon ziemlich hoch, dass man einpennt. Alles klar, macht hat Bakura. Ach, poison needles muss ich machen, was mach ich bei Rockman? Yoi. Ding, 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 ding. So, jetzt eben schnell die Kennen, die man hier kaputt säbeln. Nur noch zwei Quest-Items. Den haben wir in der Ovi geschafft. Ich sag auch, dass er schläft. Siehste, jeder sagt, hat der pennt gleich locker ein. Ja, ja, ja. Und mir ein vorgegolken. Ja, Felix, du schaffst das eh nicht. Und das sind jetzt die ersten, alter, die alle schon pennen gehen, Mann. Ja, 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 ja. Ich ziehe, ich glaube, ich fange. Da, 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 da. Das schaffen wir schon. Ja, fast die Hälfte jetzt geschafft. In einer halben Stunde ist die Hälfte geschafft, Leute. Und was machst du so, Yoshi? Ich gucke mir gerade Videos an, wie man es tun, wo man noch baggen kann, außer jetzt mit dem F1. Achso, okay. Ich habe jetzt gerade ein Video gefunden, da bugt jemand, wo man, indem man den bei dem F1 kennt.